Bei dem heutigen militärmusikalischen Grußereignis werden Sie auf unserem Harkausplatz drei Musikkurs sowie den Spielmanzug des Musikkurs der Bundeswehr live im In- und Außen machen. Musik 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 Sehen und hören Sie nun den Einmarsch des Heres Musikkurs Hannover und in der Leitung von den Obersleutern Martin W. mit dem Marsch Regimentsgruß von Heinrich Steinberg. Musik 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 Verfolgen Sie nun den Einmarsch des Luftwaffenmusikors Münster unter der Leitung von Herrn Major Alexander Kallweit mit dem Marsch Jagdgesparer Richthofen von Hans-Felix Fusadl. Im Gleichstück, Marsch! Musik 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 Erleben Sie nun den Einmarsch des Spielmannszuges des Musikors der Bundeswehr aus Siegburg unter der Leitung seines Tambo-Majors Herrn Oberstabstelwebel Armin Jakubi mit dem Brucker Lagermarsch komponiert von Johann Nepomuk-Kram Musik 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 Es folgt nun eine Show-Einlage des Spielmannszuges des Musikkurs der Bundeswehr, die aufzeigt, wie breitgefächert das Portfolio des Spielmannswesens sein kann. Sie hören unter anderem den Marsch des Tambomajors von Sebastian Mittel, einem Orchestermitglied des Musikkurs der Bundeswehr aus Siegburg.